Gesundheit ist der wichtigste Faktor in unserem Leben. Sowohl körperlich und seelische Gesundheit ist das, was uns lebenswert macht, liebenswert macht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, meistens ist es doch so, dass wir erst unsere Aufmerksamkeit auf unsere Gesundheit richten, wenn wir Symptome haben, wenn wir endlich Zeit haben, uns darum zu kümmern oder wenn eine lange To-Do-Liste abgearbeitet ist. Ich möchte dich einladen, anders auf deine Gesundheit zu gucken. Liebevoll, wertschätzend und mit einer angewandten Selbsthilfe, dass du dauerhaft selbst für Stabilität sorgen kannst. Raus aus Ohnmachtsgefühlen, raus aus dem Gefühl, ich habe ja keinen Einfluss auf meine psychische oder körperliche Gesundheit, weil das ist nicht so. Ich lade dich recht herzlich ein zu unseren drei Impulsabenden. Der erste ist gleich heute Abend, heute Mittwoch, Freitag und Samstag, einzusteigen in diese andere Sichtweise auf deine Gesundheit. Es wird Input geben, es wird gleich eine angewandte Selbsthilfe stattfinden, dass du gleich was mitnehmen kannst, schon gleich heute etwas tun kannst für deine Stabilität, deiner Gesundheit. Nicht warten musst, bis sich etwas verschlimmert, bis die Symptome stärker um Hilfe rufen. Und in diesem Impulsabend hast du die Möglichkeit, dass wir individuell auf deine Gesundheitsfragen eingehen, diese einmalige Gelegenheit, mit uns als Gesundheitsexperten direkt zu sprechen. In diesem Sinne, vielleicht bist du interessiert, dann freue ich mich, dich heute Abend zu sehen.